Ein unheilvolles mechanisches Zischstöhn, Zischstöhn drängte sich in ihre Gedanken. Hinter den Fenstern der Poliostation sah sie Krankenschwestern, die zwischen den weinenden Kleinkindern in ihren Wiegen und den Kindern im Ganzkörpergips hin- und herliefen. Andere Schwestern kümmerten sich um die Quelle des metallischen Stöhnens, die Beatmungsapparate, in denen einzelne Kinder lagen. An der Universität hatte Dorothy einmal darum gebeten, in einer eisernen Lunge liegen zu dürfen, um zu erleben, wie es sich anfühlte. Zwei Krankenschwestern hatten ihr die Bitte zögernd erfüllt und sich vielsagende Blicke zugeworfen, als sie sich auf eine Trage gelegt und befohlen hatte, schieben Sie mich hinein. Die Schwestern rollten sie neben das Beatmungsgerät und hoben sie wie bei Gullivers Reisen von der Trage auf die gepolsterte Liegefläche. Sie schoben die Liege in die Stahlröhre, schlossen den sargähnlichen Deckel und verriegelten ihn, sodass nur noch ihr Kopf herausschaute. Bereit! Jemand stellte das Gerät an. Mit einem Klicken sprang die Maschine an. Etwas drückte Dorothys Brust zusammen, als würde sich ein Elefant darauf setzen. Nachdem jedes Fitzelchen Luft aus ihr herausgepresst worden war, stand der Elefant auf und ein Tsunami aus Sauerstoff rollte über sie hinweg. Sie ertrank in Luft, bis der Elefant sich widersetzte und alles aus ihr herausdrückte. Sie klopfte an die Seiten des Tanks. Irgendwo aus ihren Lungen kratzte sie genug Luft zusammen und keuchte, Die Schwester, Dorothy erinnerte sich noch immer an ihren Namen, Trudy, schob ihr Gesicht nur wenige Zentimeter über Dorothys. Ihr Atem roch nach dem Pfefferminz-Kaugummi, das zwischen ihren Zähnen und der Wange klemmte. Gehen Sie mit! Lassen Sie los! Lassen Sie die Maschine die Arbeit machen! Ich kann nicht! Dorothy spürte, wie jemand ihre Hand ergriff. Trudy hatte den Arm durch eine der Luken gesteckt. Doch, sie können! Beschämenderweise war sie den Tränen nah. Doch Dorothy ließ zu, dass das Gerät die Luft aus ihren Lungen herauspresste und sie anschließend wieder freigab, damit frischer Sauerstoff in sie hineinströmen konnte. Sie atmete nicht so, wie sie wollte, nicht bequem, nicht natürlich, nicht glücklich, aber sie atmete. Noch heute fühlte sich diese Angst ganz frisch an, wenn sie über die aufgereihten Maschinen blickte. Der Spiegel über dem Kopfteil jedes Geräts zeigte das Entsetzen, die Verwirrung oder die Resignation des Kindes darin. Ihre Aufgabe als Ärztin war es, diese kranken Kinder zu heilen. Noch schlimmer, sie glaubten tatsächlich, sie könnte es. Barry zog sie am Arm. Kommen Sie, Horstman. Sie werden Polio heute nicht besiegen. Was, wenn ich es eines Tages schaffe? Er lachte. Natürlich werden sie das. Und ich finde die Quelle der ewigen Jugend. Am Ende des Flures hatte sich eine Menschentraube um die Schwesternstation gebildet. Der Mann im Mittelpunkt schien nicht sehr viel älter zu sein als Dorothy. Er sah geradezu lächerlich gut aus. Das dunkle Haar war wie bei dem bekannten Matinee-Idol mit Pomade in Wellen gelegt, der Schnurrbart gepflegt und elegant. Er hatte sogar dieselbe Kinnspalte wie Lawrence Olivia. Dem teuren Nadelstreifenanzug nachzuurteilen, könnte er tatsächlich ein Star sein. Oder er hatte Geld. Die meisten Menschen in ihrem Beruf stammten aus reichen Elternhäusern, zumindest an den angesehenen medizinischen Hochschulen. Frauen waren an solchen Orten selten. Frauen aus Familien wie ihrer sogar noch seltener. Tatsächlich war sie in ihrem Fachgebiet bisher noch keiner anderen Person wie ihr begegnet. Sie war die menschliche Entsprechung eines Einhorns. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe. Bitte lasst auch ein Abo da und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr immer über neue Hörbücher informiert.